Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde, willkommen hier in Konstanz. Wir stehen hier an der Aral-Tankstelle, direkt am Eingang von Konstanz. Fahrrad ist hinten auf dem Auto drauf, Sabine hat mich hierher gebracht und jetzt gehen wir erstmal in die Aral-Tankstelle rein, tun frühstücken. Ja, Sabine setzt mich hier ab, ich will die Alpenpanorama-Runde fahren und dann holt sie mich dann am Bodensee, dann holt sie mich am Donnerstag, voraussichtlich am Genfersee, ich glaube am Genfersee ab und dazwischen sind noch ein paar Berge und ja, das würde mich freuen, wenn er mitkommt, aber jetzt erstmal schön frühstücken. Haben wir uns verdient, wir sind schon wieder seit um sechs oder so unterwegs, gell? Okay, können wir frühstücken. Celine, komm schon mal aus dem Auto raus. Ich bin mal gespannt, wie du essen tust, wenn du die Maske aufhörst. Soll ich dir ein Fick sein? Ja, zeig mir mal den Trick. Ah, eigentlich. Eigentlich startet die Alpenpanorama-Route, wie heißt es denn, Alpenpanorama-Route? Genau, die startet eigentlich in St. Margareten, da bin ich schon mal los und da hat die Melina mir noch ein Regenlied gesungen, das heißt ein Sonnenlied, dass es nicht regnet. Ja, diesmal wird ich Celine mir das Sonnenlied singen, ich nehme sie gleich auf den Arm und dann habe ich gedacht, da regnet es wahrscheinlich noch ärgerlich das letzte Mal. Ja, auf alle Fälle, ich starte jetzt diesmal hier in Konstanz und fahre noch einen halben Tag gemütlich am Bodensee entlang und dann geht es erstmal richtig in die Berge rein. Tschüss. Tschüss. Willst du mir die Kamera hinterher dann, ja? Dann werde ich gleich mal voll Richtung Schweiz zuhalten. Ich bin jetzt unten am See und da die Brücke, wo wir vor uns sind, da werde ich jetzt gucken, dass ich drüber gehe und rüber in die Schweiz. Und dann muss ich dann erstmal an einem Geldautomat ein paar Fränkli ziehen. Jetzt bin ich kurz vor der Grenze hier Kreuzling und dann bin ich auch ruckzuck in der Schweiz, wenn nichts schiefläuft. So schnell geht es, ich bin in Kreuzling, somit in der Schweiz und jetzt fahre ich ein schönes, langes Stück Schweizer Bodensee Radweg. Schön eben. Noch ein kleiner Blick auf das schöne Kreuzling hier auf dem Hafen und dann geht es weiter. Was der Drohnenflug angeht, habe ich mir sagen lassen, werden die Schweizer auch sehr liberal, wie sonst auch. Ja und da gibt es auch so eine Karte, wo man fliegen darf und wo, besser gesagt, nicht fliegen darf. Da bin ich jetzt, da darf ich fliegen. Und hier, wo was Blaues ist zum Beispiel, darf man nicht fliegen. Hier ist wahrscheinlich ein Flugplatz, das ist sehr gut zu erkennen. Und da würde ich das sagen, lassen wir gleich mal die Hexe hoch und dann schaut die mal nach dem Bodensee rüber. Und da würde ich jetzt drauf gucken. Deshalb sch know ich noch. ja das war mein erster flug jetzt hier am bodensee leider war ich nicht dabei hat mir auch spaß gemacht und ja das t-shirt wo ich hier an habe ich weiß nicht ob man sieht vielleicht nicht ganz passend wenn man mit dem e-bike unterwegs ist aber das hat mir mal ein schweizer geschickt geschenkt der selin übrigens das gleiche ja und wenn ich jetzt schon in die schweiz fahren durch die schweiz fahren dann ziehe ich das natürlich auch an ein richtig schönes trikot aber wie gesagt eigentlich für sportliche menschen mit dem rennrad gemacht und nicht für so alte säcke wie mich hier mit dem fett e-bike durch die gegend fahren aber egal ich bin ja prügel gewöhnt nach der dritten der see schön da vorne sehen wir dann das typische fluggerät hier am bodensee der zeppelin allerdings kostet so ein flug mit dem zeppelin mehr wie meine drohne und das für eine person da bleibe ich dann halt doch besser auf dem radweg das ist wesentlich günstiger hier unten am boden und auch schön das ist jetzt wohl auch nicht die schlechteste art zu wohnen könnte ich mich auch dran gewöhnen ja aber ich werde heute nacht wieder in meinem zelt wohnen und das hat doch auch was ich muss jetzt hier noch die schönen radwege am bodensee genießen wenn ich dann erstmal in der schweiz bin in st ich bin ja in der schweiz wenn ich auf der alpenpanorama route bin das ist dann viel auf straßen sprich auf nebenstraßen und viel auf pässen ja und dementsprechend natürlich verkehr nicht so schön ruhig wie hier bis auf den zug ab und zu aber der überfährt einen ja in der regel nicht außer hier an so einem bahnübergang wenn ich mir das sonnenblumenfeld hier so anschauen dann kommt die sonne gerade vom see drüben denn die gucken alle darüber richtung see mittlerweile bin ich in utvil hab 23 kilometer und da vorne sieht man dann schon die berge ja da werde ich dann rechts abbiegen vom bodensee und dann geht's in die berge hinein da freue ich mich drauf aber auch nur weil motor hinten dran habe auch so inzwischen ist zehn uhr der bodensee radweg fühlt sich ganz schön kommen wir doch sehr viele jetzt entgegen ich bin jetzt gleich hin wo mainz horn da fahren wir durch und dann schauen wir mal wie weit es noch ist die glocken leuten hat hier ganz schön lange am sonntag und mir ist gerade eingefallen ich habe immer noch nicht nach franklin guckt sollte man nach dem bankomat schauen vielleicht finde ich hier ein das war jetzt gleich mal der erste schock des tages ich war am bankomat und das teil sagt meine karte wäre defekt ich soll mich mit meiner bank in verbindung setzen das wäre aber ganz schön blöd und am zweiten automat hat es dann aber geklappt aber da guckt man dann schon dumm aus der wäsche wenn man alleine hier steht nur die eine karte dabei hat der automat sagt karte kaputt und ich habe kein kein geld dabei ganz schön blöd aber es geht weiter jetzt haben wir franken noch ein blick hier zu dem alten bahnhof und dann verlassen wir den schönen ort wieder und fahren weiter am bodensee ich denke am himmel sieht man das wetter ist für die nächsten tage aber nicht gerade allzu rosig gesagt jetzt ich glaube diesmal werde ich nicht so viel glück haben und auch mal meine regensachen öfters brauchen und die schweizer haben immer wieder schöne ideen was ihre häusle angeht und tümmel gerade bin ich durch arbon und jetzt geht es da rechts weiter über die brücke und dann müsste ich auch bald nach rorschach kommen und dann geht es richtig rechts weiter für mich ganz rechts in die brücke und nach dem blick hier in rorschach auf der bodensee und dann werde ich den bodensee verlassen der letzte blick jetzt richtung bodensee 11 uhr 30 ich habe der bodensee verlassen und schon geht es bergauf für mich das motorlischaft der rheinerschaft jetzt geht die tour erst richtig los 80 kilometer habe ich heute noch vor mir und ich denke mal so einige höhenmeter ich freue mich trotzdem drauf super ach was freue ich mich über diese schilder das sieht ja gar nicht so schlimm aus das dicke ende kommt erst noch ich kann nur hoffen dass die nächsten pässe oder steigung nicht 18 prozent sind also schon heftig mit dem gepäck gut ich habe 30 kilo gepäck so ungefähr 30 kilos fahrrad 32 kilo ich 80 und da 18 prozent ich bin mal gespannt was noch alles kommt oh oh ja und jetzt habe ich hier doch nochmal einen blick auf der bodensee und das sogar ohne drohne ich bin nämlich schon ganz schön geklettert jetzt aber das ist noch nichts im gegensatz zu dem was ich jetzt noch vor mir habe da kommt noch einiges heute ich habe gerade festgestellt wenn man hochfährt aufsteigt darf man ganz schön wieder zurückfahren aber ich bin jetzt noch bald wieder am bodensee wenn es so weitergeht habe ich da irgendwie bisschen dämlich geplant oder hätte ich mir den hügel hier sparen können ich weiß es nicht aber ich müsste immer rechts abtreifen jetzt irgendwie nach rechts immer rechts halten hätte ich wirklich auf dem bodensee radweg bleiben können jetzt bin ich nämlich doch doch hier in österreich rauskommen unten am bodensee ja kleiner planungsfehler wohl kann ja mal vorkommen also die höhenmeter hätte ich mir jetzt sparen können aber egal jetzt habe ich sie schon gemacht brauche ich nicht mehr drüber nachdenken mal schauen was noch alles an planungsfehlern kommt jetzt habe ich in österreich noch kurz mein fest geholt und ein gösser natürlich wie es sich gehört der radler und bin jetzt bei der zollstation st margaretten wieder rüber in die schweiz und jetzt mal schauen was kommt ihr wisst ja ich fahre wie immer planlos durch die gegend eigentlich habe ich einen plan aber das hat mehr mein navi diesen plan schauen wir mal was am ende vom tag raus kommt am bahnhof hier in st margaretten wo ich gerade vorbei bin beginnt jetzt auch der offizielle alpen panorama radweg schweiz das ist die schweizer route nummer vier wenn ich mich nicht täusche genau die haben ja lauter so ruten und die nummer vier müsste die alpen panorama route sein ich hänge wieder im hang drin vor mir einer mit dem rennrad den traue ich mich gar nicht zu überholen muss ja auch nicht gerade sein ja und wenn jetzt mal ein schönes plätzchen kommt dann werde ich mal ein festmachen wir haben schon 12 uhr 51 also könnte mal zeit werden für eine schöne jause oder wie sagt man ja nicht ach so ein bisschen in der schweiz ist die schweizer auch jause oder? naja egal egal so wie es aussieht regnet es unten am bodensee schon dann kann es sein es dauert nicht mehr lange und hier regnet es auch bald ich lasse die alle weiter ziehen und mache erst tausse das ganze hat mich jetzt vier euro gekostet eigentlich hätte die wurst allein schon vier gekostet aber die habe ich zum halben preis gekriegt weil sie nämlich schon abgelaufen ist ist mir aber auch egal es kann bei der wurst nicht so schlimm sein ja und das gesser noch dazu ja so günstig werde ich wohl in nächster zeit nicht mehr zum essen kommen damit ist jetzt für eine weile vorbei aber jetzt geniesse ich es noch aber sehr gut diese wurst hier sehr gut bin mal gespannt wie sich das wetter heute noch entwickelt ja überhaupt der rest von der woche ich bin schon wieder eine weile unterwegs hier seit der pause ja und die hügelchen hier die saugen natürlich ganz schön am akku der ist jetzt mal ganz locker zurückgegangen auf zwei balken ja 57 km habe ich noch vor mir habe noch mal einen akku ja ich bin mal gespannt wie das wird wenn es dann so richtig kernig wird und immer saugt 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 ja ich bin gespannt aber ich lebe ja immer in der hoffnung da wo es hoch geht geht es auch wieder runter und da spare ich ja dann akku ok passt schon passt schon das ist brutal wie es da der akku leer schwächelt hier bei diesen steigungen ein balken habe ich noch ich fahre in stufe 3 ja aber schön ist richtig schön schön anstrengend super alles gut ich weiß noch wie vor sieben jahren sechs sieben jahren mit dem trekkingbike hier hoch bin boah ich war so gebügelt und da hat es geregnet dann nachher noch ja kann mich heute auch erwarten aber die strecke hier mit dem trekkingbike mit Gepäck das ist die absolute Hölle ehrlich das war richtig hart so geht es bisher wenn meine zwei akkus mich immer von campingplatz zu campingplatz bringen ich habe halt schon große Etappen geplant immer so 120, 125 plus die letzten sind kürzer ja das bleibt spannend bleibt dran ja das bleibt du neu ja 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 j Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe zwar wenig Zeit, aber habe trotzdem mal die Drohne hochgelassen. Das wäre ja schade, wenn ich die mitschleppe und kein Video mache hier. Jetzt habe ich mal ein bisschen Abfahrt. Das tut doch auch mal gut. Vor allem meinem Akku und meine Waden. Gerade war ich in Haydn, heißt das, glaube ich. Und jetzt geht es weiter Richtung Drogen. Das sind noch neun Kilometer. Und natürlich, ja klar, bergauf, bergab. Ich werde jetzt bald der Akku wechseln müssen. Ich habe jetzt 83 Kilometer und so 1000 Höhenmeter. Aber, ja, da geht es langsam zu Ende hier. Das kann immer lang gut gehen. Ja, ist schon ganz schön kernig. Also, das sieht zwar hier so locker aus, aber da hoch, das strengt schon ganz schön an. Und jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Mein Akku ist leer und es fängt dann zu tröpfeln. Ich werde die Regenjacke anziehen und den Akku wechseln. Weiter geht's mit vollem Akku und leichter Regenbegleitung. Bisher nieselt es nur so ein bisschen. Ich hoffe, dass nicht viel mehr kommt heute. Das ist das Gute, wenn man die Regenjacke anzieht. Dann kommt die Sonne raus. Das ist gerade eine Ampel. Baustellenampel. Jetzt komme ich noch gleich nach Drogen im Appenzellerland. Drogen im Appenzellerland, genau. Und es geht nach oben. Da ist die Kirche. Drei Viertel drei haben wir jetzt. Das schöne Appenzellerland mit dem guten, leckeren Käse. So, hin und wieder hat man auch Radwege hier. Also nicht immer nur an der Straße, aber ich muss euch ehrlich sagen, bei der Tour hier Radwege sind eigentlich die Ausnahmen. Aber auch obwohl es Sonntag ist, ist auf der Straße auch nicht gerade die Hölle los, kann man sagen. So, jetzt darf ich da vorne sogar links abbiegen auf diesen kleinen Weg. Ja, gerade hier wieder. Möchte ich klettern dürfen. Und jetzt habe ich ja das erste Mal richtig schöne Aussicht auf richtige Berge, wo es sogar noch Schnee hat. Ja, das ist Schweiz, ja. Super. Und hier mein Weg. Richtig schön. Das Wetter passt auch noch. Gut. Weiter. Gerade war ein Schild noch zehn Kilometer bis Appenzell. Ja, und von da habe ich es dann noch so, ja, 15, 20 Kilometer bis zum Campingplatz. Ja, aber jetzt erst mal Appenzell und da mal die Tanke stürmen und ein bisschen Radler holen und ein bisschen Bier fürs Abendessen. Ja, so ist der Plan. Ja, so ist der Plan. Ja, aber schön hier, nicht? Laut Imiwe Tacho habe ich 103 Kilometer und laut Sigma GPS habe ich 95 Kilometer. Ja, das geht schon wieder ein bisschen auseinander hier. Und da haben wir es ja wieder, unser Schweizer Postkartenmotiv hier. Ich denke, irgendwo, der drüben da vorne im Tal muss Appenzell liegen. Und ich habe euch ja gesagt, was ich da vorhabe. Appenzell. Jawohl. Ich träume hier immer vom Käse und daran habe ich jetzt Appenzell erkannt. Ja klar, Appenzeller Bier und vor mir Appenzell. Jetzt suchen wir die Tanke. Ja, 20 vor 4 ist schon. Die Zeit vergeht. Und ich gehe auch weiter. Was für eine dämliche Ansage. Ja, der ist immer nicht ganz einfach, sonntags durch die Fußgängerzone zu kommen. Aber jetzt bin ich durch. Ja, und so wie ich das noch im Kopf habe, müsste da vorne eine Tankstelle kommen. Besser gesagt zwei, aber eine müsste auch offen sein. Da kann ich nur hoffen, dass dem auch so ist. Ja, ich glaube Radler wird überbewertet. Ich habe mir jetzt drei Quellfresh geholt und die eiskalt. Und jetzt gehe ich die letzten 18 Kilometer bis zum Campingplatz an. Und ich denke mal, wenn ich Gas gebe, dann sind es am Campingplatz auch noch kalt. Gehen wir los. Gehen wir weiter besser gesagt. Und von nun an ging es wieder mal berg an. Aber das packen wir auch noch. Akku ist fast noch voll. Kein Thema. Mir ist schon aufgefallen, wenn es so hängen sind, ist es oft auf der Seite, wo es bergauf geht. Ein Radweg oder so wie hier ein Fußweg, wo man Fahrrad fahren darf. Dann muss Luft holen. Ja, das war mal. In Urnesch bin ich jetzt hier angekommen. Ja, waren schon einige Dörfer zwischendrin. Aber ich kann natürlich nicht alles aufziehen. Und vielleicht auch Städte. Ich kann das nicht so auseinanderhalten. Ja, ich habe jetzt nur 9,5 Kilometer. Und dann bin ich am Ziel. War jetzt relativ gut zum Fahren in letzter Zeit. Immer in dem Tal hier entlang. Das war okay. Zum Schluss zieht es hier jetzt noch mal tapfer an. Da geht es noch mal nach oben Richtung Hemberg. War noch 7,5 Kilometer. Dann kommt der Campingplatz. Dann tun wir halt noch ein bisschen schnaufen hier. Kriegen wir auch hin. Ich bin mal wieder oben auf der Höhe angekommen. Und finde es immer wieder brutal, wie der Motor an dem Akku saugt, wenn diese brutalen Steigungen kommen. Wenn es dann steil wird. Ich war gerade auf 5 Striche unten noch. Naja gut, vielleicht 4,5 dann oder so. Und jetzt ist innerhalb von 4 Kilometern geschwind runter auf 3 Striche. Ja. Die Berge, die saugen. Am Akku und an mir. Und so wie es aussieht, geht es da vorne noch weiter hoch. Ja, ich habe noch 5 Kilometer. Dann muss ich noch weiter nach oben. Aber das heißt, dann ist mein Campingplatz auch ziemlich hoch oben. Da wird schön frisch heute Nacht. Auf 1068 Metern Meereshöhe bin ich jetzt. Ja, morgen geht es fast auf 2000, soviel ich weiß. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt geht es wieder bergab. Von nun an. Genau. Ja, so geht es doch auch. Ist doch viel angenehmer wie bergauf. 1.817 Höhenmeter. Ja, laut dem Tacho 123. Laut dem Sigma 133 Kilometer. Und ich bin in Bechli angekommen. Und in Bechli, da ist auch der Campingplatz. Hoffe ich auf alle Fälle. Ich hoffe, dass ich nicht wieder eine Fehlplanung hier habe. Für 17 Franken habe ich jetzt hier den schönen Platz. Und jetzt werde ich als erstes mal Strom einstecken. Denn wenn ich die zwei Akku laden muss, das wird auch eine Weile dauern. Da braucht einer aus 6-7 Stunden. Vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht. Und insofern wird es die erste Aktion jetzt sein. Akku laden und dann Zelt aufstellen. Ja, Freunde, nicht nur das Rad muss laden, ich muss auch laden. Mir langt es auch für heute. Ich weiß nicht, ob ich normal aufstehe von dem Stuhl hier. So, jetzt erst mal ein schönes Quellfrisch hier aus der Schweiz. Aus dem Appenzellerland. Das sieht gut. Jetzt mal zurücklehnen. Hat übrigens auch jemand am Horst gebracht. Mir fällt jetzt dein Name nicht ein. Du hast schon vier so Quellfrisch aus der Schweiz mitgebracht mit dem Fahrrad. Vielen Dank dafür. Und mir fällt dein Name nicht ein. Das ist ja echt peinlich. Aber, ja. Also ich habe das Quellfrisch nicht bis hierher geschleppt. Ich habe es auf 20 Kilometer geschleppt. Das hat mir gelangt. Und jetzt werde ich es schnell vernichten, dass ich es morgen nicht noch weitertragen muss. Zum Wohl. Jetzt fällt mir der Name ein. Der Pierre war's. Vielen Dank, Pierre aus der Schweiz. Manchmal fällt mir ja doch noch was ein. Also Pierre, zum Wohl. Auf dein Quellfrisch. Das steht aber noch bei mir. Das will ich mit dem Horst mal trinken, wenn ich mit dem Horst mal auf Tour gehe. Jetzt also nochmal zum Wohl. Zum Wohl. Und der Kumpel macht tapfer alles mit. Ohne dass er einen Schluck Bier trinkt. Na, das ist doch mal ein Pfundskerl, ja. Ich kann euch sagen, der hat heute viel gesehen. Richtig viel von der schönen Schweiz. Der steht ja auch vorne dran. Der kann es genießen. Nach so einem anstrengenden Tag muss man natürlich auch was essen. Und in meinem Fall ist das heute Rostbratwürstel mit Kartoffelpüree. Der Kartoffelpüree muss man nur mit Wasser machen. Milchpulver ist da schon dabei. Ja, viertel Liter. Ich denke mal, das ist schon eine Tasse voll. Und dann mache ich erstmal das Wasser heiß und mein Kartoffelpüree. Und dann brate ich die Rostbratwürstel an. Ich habe gerade nochmal geguckt. Das ist kein Viertelliter. Sondern 400 Milliliter. Na, das wäre eine Pampe geworden mit einem Viertelliter. Aber ich habe ja nochmal geschaut. Also 400 Milliliter. Da tun wir nur ein bisschen Salz rein. Dass er einen Geschmack hat. Und dann machen wir das erstmal heiß hier. Und dann werden wir die Würstel anbraten. Die Würstel, die Rostbratwürstel. Ist ein bisschen frisch geworden hier. Ich habe meine Jacke anzogen. Ich denke, das wird was. Ich werde das so gut machen. Und dann in die Würstel, die Rostbraten zu essen. Ich werde die Würstel, die Rostbraten zu essen. Ja, Freunde, so schnell kann man in der Schweiz ein paar Franken sparen. Einfach selber kochen. Dann, guten Appetit. Inzwischen ist 20 vor 8, ich habe den ganzen Battle hier jetzt wieder gespült, jetzt packe ich noch zusammen und da trinkt noch der Rest von meinem Bierchen und dann werde ich hier mal aufräumen und vielleicht noch ein bisschen laufen. Mal schauen. Meine Warte hier spüre ich ganz schön. Die linke Warte hat irgendwie heute zu viel geleistet. Ja, packen wir zusammen und dann, ach, das habe ich vergessen. Und dann mal schauen, was noch geht heute. Da habe ich gesehen, da oben gibt es noch einen Dorfladen, da möchte ich mal schauen, wenn der morgen früh aufmacht. vielleicht kriege ich da ja ein Frühstück. Da werde ich jetzt noch gemütlich hinlaufen und dann werde ich den Tag beenden. Ich habe ja gedacht, hier wäre schön, ein bisschen mit der Drohne zu fliegen, aber ich habe jetzt schon zwei Bier gehabt, lasse ich besser. Sonst kann es sein, die macht den Abgang, die verlässt mich. Da links steht Lebensmittel. Ja, das scheint der Dorfladen zu sein. Na, gucken wir mal, wenn der morgen aufmacht. Ich habe gerade geschaut, 6.30 Uhr macht der Laden auf, ist ja ideal. Kann ich früh aufstehen, früh losfahren und hier nach dem Frühstück schauen. Ja, Freunde, inzwischen ist 21.05 Uhr, ich habe mich jetzt mal in den Schlafsack gelegt. Ich werde jetzt noch ein bisschen Videos schauen am Handy, hier hat man WLAN, ja was ich schaue, verrate ich nicht, geht euch nichts an. Und ja, mein Wecker habe ich mal auf 23 Uhr gestellt, weil der eine Akku, der ist immer noch rot, also das heißt, der lädt noch, die Ladeanzeige ist noch auf rot und ja, der sollte ja voll sein. Und damit ich jetzt nicht einschlafe und der andere Akku dann nicht einstecke, habe ich jetzt in zwei Stunden mal den Wecker gestellt und ich hoffe, bis dahin ist er dann voll und dann werde ich umstecken und der andere Akku einstecken. Ja, jetzt sage ich mal Tschüss und wie immer bis zum nächsten Mal, morgen wird es wieder eine richtig harte Tour, wieder von den Kilometern, ziemlich gleich wie heute und morgen geht es über einen richtigen Pass drüber auf 2000 Meter, nämlich über der Abula Pass heißt der glaube ich. Da bin ich vor sechs, sieben Jahren, weiß nicht mehr genau, sechs Jahren glaube ich, bin ich dann mal kurz abgeschwächelt, habe mein Zelt rechts in die Wiese stellen müssen, weil ich so kaputt war und ich hoffe, dass ich morgen drüber komme. Morgen sollte ich ja auch Akku haben, da sollte es besser gehen, wie mit meinem Trekkingrad. ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch, also vielen Dank fürs Reinschauen und Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020